Die Interconti-Titel, Nachversion der World Boxing Association, um denen geht es. Und ich darf Sie zunächst mal mit dem Kampfgericht vertraut machen. Als Punktrichter fungieren Frank-Michael Maas, René Fiebig und Marco Morales. Ringärztin ist Frau Dr. Werthans-Rautzus und Supervisorin, die Geschäftsführerin des BDB, Beate Oeske. Und der dritte Mann in Briemen, natürlich Oliver Briemen, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Einer der besten und namhaftesten Ringrichter der Welt. Dann probieren wir mal aus Argentinien, Rafael Sosa Pintos. So, also herzlich willkommen, Rafael Sosa Pintos. Der boxt in der roten Ecke, auch hier ist die Ansetzung leider andersrum. Aber dann rufen wir jetzt in die blaue Ecke den Mann aus Berlin, Sven Elmier. So, auch hier ist die Ansetzung. So, alle sind bereit? Dann Ringfrei Runde 1, Seconds Out, Round 1. Ruhe start, ruhe. Wir werden hier gut vorbereiten. Locker, wir vorbereiten, stellen, dick machen, bewegt ihm sein. Sein ist nicht steif. Locker und steif. Locker, locker, locker. Verwitt den Kops. Wir holen ein bisschen Zug. Löschen! Weiter, weiter! Pass auf bei so was. Rein hier vor, rein hier vor. Löschen! Locker, locker, locker! Löschen! Jetzt wieder ruhig. Boxen an. Boxen an. Lass nicht die Rechte fallen. Lass nicht die Hand runter. Oben hinten runter. Schütze deinen Kinn. Genau, ey! Das ist nicht wirklich! Jawoll! Komm da! Sieg ihn direkt. Ja! Zeig nicht, was du machst. Bisschen locker bleiben. Gut gespielt, ey! Ja! 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 Deck dich, genau! Mach mal! Eins, zwei, drei! Sehr gut! Sehr gut! Wann sind wir jetzt weiter? Locker bleiben! Körper, komm direkt, Bruder! Körper, komm! Mach dich! Ja! Bleib! 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 Schön konzentrierter, Bruder! Konzentrier dich! Deck dich, ja! Mach den Spann! Nicht mehr in den Kopf! Lass die Deckung oben! Ja! Fitschkopf! Geh mal oben zurück! Pass auf jetzt! Pass auf! Weitere! Weitere! Ja! Das ist das, was ich hier! Ja! Wie bei... Äh.. ... ... ... ... ... ... ... ... Zwei Gruß habe ich zwei gestallt. Ja! Ja! ... ... Kling frei, Wurde in zwei Sekunden aus, Rund 2. Easy work. Und seine. Klinge mit linker, Bruder. Schritt zurück und rechte gerade, Bruder. Und Spritziger. Deckbänken. Nach oben, nach oben. Pass auf. Atme, atme, drücken, drücken. Vorsicht, vorsicht. BAM 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 BAM! BAM BAM BAM! Worst oben ist ein schief. Ja, der Japp kommt noch. Zwischendurch, ich mach wieder einen Konter, Japp. Nur schon immer recht. Pass auf den Konter, auch. Und deck dich! Probier mal mit links. Nicht schnell bleiben! Nicht schnell bleiben! Nicht schnell bleiben! Oberkörper aus! Meikbewegung! Bewegt auf den Kopf! Nicht blocken! Bewegt dich! Mach mal eine Meikbewegung! Bewegt und los! Biss dich gut! Umhangen! H Stress! Schön noch dabei. Steck so oben, zu oben. Schönen Lokal! Schönen Lokal. Mach nicht so was! Weiter, weiter, weiter. Das ist die Linke dran. Da kommt ein Schwänger. Pass auf. Häng hoch. Häng hoch. Halbe, komm. Wir vorbereiten, komm. Drücken, nach hinten. Nach meinem Chef. Und dann hau mal den Schwänger rüber. Nach oben direkt, Bruder. Geh mal, komm. Ja. Direkt nach hinten. Geh mal, komm. Pass auf. Bring dich. Nicht stehen. Linke dran lassen. Lass die Linke hoch. Wir kommen. Lass die Linke hoch. Vielen Dank. 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 Atme. ... 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